ähm ja wieder da und schaut mal hier was ich gefunden habe. Ist das ein Pilzbomb? Was ist das? Wie baue ich das ab? Muss ich das mit Behutsamkeit machen oder? Ich mach das gerade nur kaputt Was ist das? Pilz Ach, die kriege ich hier raus. Geil! Nice Pool, Pilze. Hatte ich auch noch nicht. Also zumindest nicht so akut. Ähm ja, wir sind gerade weiterhin auf dem Weg Richtung Hexe. Also potenzielle Hexe, weil mich würde mal interessieren, ob es das dort gibt. Ob dort denn eine haust. Aha, die Chenier. Oh, ei. Blub. Und mate, weil du hier so scheiße rauskommst. Mach ich mich mal an... Ich ergötze mich mal an deinem Fleisch. Wow, klang das pervers. Ähm Ja, hier haben wir noch mehr Pilzbäume. Das ist gut. Ein Huhn könnte ich auch mal kaputt machen. Ja moin. Bitte wieder zurück. Bitte treten sie zurück. Die Züge fahren gleich ab. Die Türen schließen. Was war das? Woi, was war das? Mate. Bitte gehen sie zurück. Ich meine, du bist ja wirklich heiß. Da dummtsch. Aber, aha. Eine Kartoffel. Cool. Kartoffel, das ist gut. Dann dürfen wir ja nur nicht verrecken. Dann ist die Sache cool. Okay. Wie baue ich das jetzt ab? Truffel? Äh, keine Ahnung. Komm ich jetzt an die Pilze ran? Oh, was ist das denn? Äh, Fliegenpilz. Irgendwie so kann das sein. Wie baue ich die ab? Ah, okay. Na, immerhin. Äh, nichtsdestotrotz müsste ich jetzt wahrscheinlich langsam mal mir ein bisschen was zu futtern machen hier. Das heißt, hier der Strand sieht mir ja schon ganz gut aus dafür. Schick. Ey, was ist denn hier mit dem Sand los? Well. Ah, der umliegende Sand reagiert. Sie erinnern. Ähm. Ja, Sumpf. Cool. Ey, die Musik ist auch wieder da. Das gefällt mir. Das heißt, wir machen eine, eine Ofen. Ach ne, wir haben hier noch. Trotzdem bräuchten wir zwei, das heißt, Ofen rein. Das und noch ein, meinetwegen, ja, diesen Stock da. Das Brennmittel gleich. Ein Steak. Ein Stock. Und dann kriegen wir ein Steak gleich raus. Yummy, yummy. Großes Fleisch. Kann man das auch da drinne braten? Das wäre mal interessant. WTF? Ähm. Dann nimm halt mal eine kaputte Schaufel. Aha. Cool. So, da hätten wir das und... Moin. Hm. Interessant. Interessant. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal da hoch und checken die Lage. Wir machen nochmal ein kurzes Briefing, bevor wir hier, äh, die Bude stürmen. Und, äh, machen nochmal ein Halt beim, äh, Pilzbaum. Was ich jetzt Pilze dadurch bekomme? Ich weiß nicht, wie ich die abbaue. Oder, oder abbauen muss, soll, hätte sein können. Ähm. Derzeit sehe ich noch nix. Lianen überall, solche, äh, ja gut, Seerosenblätter. Ähm. Also gerade nicht. Was sagt die Map? Ja. Ah, da hinten könnte es weitergehen. Oh. Oh. Das hier sieht man. Icon. Das hier wäre nämlich immer interessant, Mann. Das war, hier schaut euch das mal an. Das sieht total verdächtig aus. Gut, dann würde ich sagen, wir safen das dann noch kurz rechts. Auf der anderen Seite. Und da können wir eigentlich schon, ja, was heißt in die andere Richtung aufbrechen. Einfach erstmal einen Überblick gewinnen. Über die Lage. Das wäre wahrscheinlich so das sinnvollste. Kann man die, kann man die so abbauen? Ja, kann man, geil. Was auch immer mir die mal bringen werden. Vielleicht ein bisschen mehr. Beziehungsweise überhaupt was. Das wäre cool. Oh, ist da ein Enderman. Cool. Die Musik hat wieder aufgehört, Mann. Ich brauche dringend ne Musikmod oder sowas. Also Hexe ist hier schon mal nicht. Dafür jedes, ganz viel Schwein. Jo, besten Dank. Hier, deinen Kollegen nehme ich auch noch mit, deinen Schwager. Jo, dann hätten wir das. Wir haben schon wieder das Inventar voller Scheiße. Kenn ich irgendwo, ja? Das kenn ich nur allzu gut. Und dann sagt mir das, dass das eigentlich ganz safe ist hier. Also, jetzt wird es eh nach. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in einer Wand eingraben. Also, so wie ich mich kenne. Und, äh, what the fuck. Mates, ich kann gut verstehen, dass ihr hier nicht hochkommt. Das ist bei den Generatoren hier immer so ein bisschen kritisch. Vor allem, was mit den Bäumen los hier. Ah, jetzt weiß ich, ah ja. Ich kann mir gut vorstellen, was die darstellen sollen. Nun gut. Ähm, wir könnten uns natürlich auch auf den Baum hoch. Äh, safe soweit. Da wäre auch eine Höhle. Na, wer weiß, wo es da lang geht, also. Da hinten? Welche Richtung? Also. Weil wir schauen jetzt gerade in den Nordwesten. Äh, ich nehme an, das ist dann hier. Weil das sieht echt verdächtig aus, Mann. Weil wie das hier schon aussieht, so aussieht. Das ist eigentlich übelbeschiss hier. Also, das hier können wir erstmal löschen. Ja. Es sieht schon... Hm. Ja, es ist halt unübersichtlich. Also, ich meine, wir können das gerne morgen, also, äh, in-game morgen, äh, safe. Oh, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir uns beeilen. Warte, ich nehme den Baum hier noch mit und dann suche ich mir irgendwas, wo ich mich hochbuddel. Oh, das ist übelgeil, wie Motion Blur hier mitmacht. Ähm. Kommen wir auch manuell auf die Bäume irgendwie hoch, ne? Na gut, okay. Dann... Würde ich mal sagen, wir machen das einfach so, dass wir hinter uns das wieder zutagern hier. Mit Erde. Alles klar. Hier spawnen schon mal nix. Ähm. Ja. Hä? Meilenstein. 500 Meter sind das? Echt? Hä? Oh. Das sind 500 Meter. Lol. Ja, wobei, 500 Blöcke, ja, das kann stimmen, ja. Äh, yes. That's it. Da kommen schon die ersten, äh, Zombies und so. Zombomaten. Irgendwas geht hier grad mächtig unter mir ab. Oh, da ist ne Hexe, Leute. Oh, da ist ne Hexe, Leute. Leute, da ist ne Hexe. Wo ist die olle Krampe? Ich will diese fucking Hexe sehen, Mann. Wir könnten rüberjumpen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann rüber, wieder zurückkommen, ist gering. Wo ist die all da? Mein Bildschirm stellt die Schwarzwerte so gut dar, dass ich's gar nicht sehe. Das ist die Scheiße dabei. Oh, sie bewegt sich. Da ist er. Na du alle Molchkrampe. Ach, right, ist du etwa da unten? Jupp. Mutti bist du's. Okay, ne, das glaub ich zu krass, äh, äh, geklaut. Ansprüchen, ja. Jupp. Ich muss sagen, es gefällt mir ja. Ich meine, ich bin grad, äh, gerade irgendwie nur, äh, zehn Blöcke entfernt davor, qualvoll zu verrecken. Aber hey. Sonst ganz easy. Ich meine, die kann mir ja nix, deswegen war ich auch so... Ja, ich will, will, will mich nicht loben, aber ich war so intelligent und hab mich halt hier hochgebuddelt. Beziehungsweise hab halt einen halben Baum weggenommen und einfach mit Erde ersetzt und... Wenn die nicht mitkriegt, dass ich den Weg genommen hab, dann ist ja gut. Ja, okay, schauen wir uns auf der Map halt ein bisschen rum. Also, dass hier ne Hexe ist, ist wahrscheinlich gut möglich. Dass die nachts hier random spawnen. Haben wir ja jetzt auch gesehen. Hier haben wir ein bisschen Lava. Da waren wir aber schon. Ähm, ja. Ich bin echt verdammt gespannt, wie das hier mal... Oh, da ist was im Wasser, was ist das? Ist das nur Sand? Und... Achso, die Hexe ist abgezogen. Okay, okay. Kein Problem. Alles cool, nö, nö. Was ist das? Baum. Vielleicht. Okay, dann will ich wenigstens abchecken, ob dort ne Hexe ist. Wenn ja, dann lass ich sie dort. Und lass den... Waypoint einfach. Da hat sich irgendwas bewegt. Tja, ansonsten... Das sieht eigentlich ganz safe aus, also... Kann man jetzt nicht viel zu sagen. Wo ist denn jetzt lang gelaufen? Der Route nachzuurteilen. Wir sind hier irgendwo gespawnt. Sind dann hier den Weg lang getickelt? Glaube ich. Jetzt müssen wir eigentlich über uns noch schauen. Also, es ist halt hier... Merkwürdig. Das schaffen wir nur an einem Tag. Und die Tage dauern einfach viel zu lange. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Wie kann ich das? Ich fühle mich hier. Ich fühle mich hier. Ich fühle mich da. Ich fühle mich zu sein. Ich lasse sie da unten einfach, bis sie weg geht. Hm, aber nein, wirklich, was kann man machen? Was will ich überhaupt machen? Ich will eine Bude bauen. Aber ich glaube, das ist klar. Ich will nur nicht so eine einfache Bude bauen. Weil ich will auch irgendwie was Monopolartiges bauen. Also es soll Luxusvilla, okay, ich glaube, das haben wir alle vor, aber ich will irgendwas richtig Geiles machen. Sei es einfach nur eine Hütte auf einem Berg und ich will die auch ein bisschen besser bauen als die vorherige. Deswegen, ich soll auch Dekomäßig ein bisschen hervorstechen. Die Frage ist nur, was nimmt man? Und an dieser Stelle seid ihr vor allem wieder gefragt, weil ich unbedingt wissen will, was ihr haltet. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ich habe selber das noch nie gebaut oder so, aber dir kann ich es ja vorschlagen. Oh, jetzt kommen die ganzen Zombies und Creeper. Ja, wenn ihr halt sagt, du, ich habe eine Idee und zwar da und da, da eignet sich das Haus einfach hervorragend oder so oder ihr verlinkt mir einfach ein Bild, was ich bauen soll, dann wäre das verdammt cool, Mann, weil was das jetzt angeht, da fehlt es an Kreativität. Weil ich würde wahrscheinlich einfach nur ein simples viereckisches Haus bauen, aber ich käme wahrscheinlich nicht auf sowas wie eine Glasfassade da irgendwie in den Berg reinzubasteln oder irgendwie sowas. Also ich habe so eine ungefähre Vorstellung, was mal sein könnte, aber ich würde euch gerne um einen Vorschlag bitten, was man denn da machen könnte. Deswegen jede Idee, die ihr habt, einfach an mich, unten in die Kommentare. Das fände ich wirklich super und das würde mir auch verdammt weiterhelfen. So, das heißt, Mond geht jetzt gleich unter. Ja, ich denke, da werde ich noch kurz die Aufnahme speichern. Und dann bis gleich.